Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum zweiten Demo Day des Circular Valley. Ich habe mich gerade mit den Start-ups unterhalten können, die aus aller Welt hier sind und ihre Ideen voran entwickeln. Tolle Konzepte, tolle Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin sehr begeistert und bin ganz sicher, dass alle, die ich hier eben gesehen habe, die zehn Entrepreneure mit ihren Konzepten, einen sehr erfolgreichen Weg beschreiten. Was ich über den Circular Valley faszinierend finde, ist, dass es eine kritische Masse in der Rhine-Rohr-Region gibt, mit vielen verschiedenen Industrien und Stakeholder. Und, periodically, wir bekommen die Chance, zu hören von all diesen neuen Start-ups, von all around der Welt. Und, zu verbinden, diese zwei Spiele zusammen ist nicht nur lustig, sondern auch wirklich gute Ideen kommen durch. Ich liebe Circular Valley, weil es so viele Ideen wir definitiv brauchen, um die Sustainability in Nordrhein-Westfalia und in der Welt zu erreichen. Ich bin begeistert, wie das Circular Valley so schnell und so gut starten konnte und dass wir jetzt schon den zweiten Demo-Dee sehen. Ich bin begeistert, wie wir jetzt in Nordrhein-Westfalia und in Nordrhein-Westfalia haben, in Nordrhein-Westfalia und in Nordrhein-Westfalia. Hier, die Accelerator, ist, Connecting die Dots, Connecting Start-ups wie uns, die youth, die Grass-Root-Start-ups von Indien, von Nigeria, die Partnern in NRW, in Nordrhein-Westfalia, in Nordrhein-Westfalia, in Nordrhein-Westfalia, in Nordrhein-Westfalia. So, es ist eine große Plattform. Ich liebe die Energie der Start-up-Founders, und ich bin sehr stöhnen, über die Qualität der Präsentation, von den kleinen, jungen Leuten. Vielen Dank. Manchmal, Start-ups, die nicht nur, was sie sagten, dass sie vielleicht machen wollen, aber was wichtig ist, sind die Leute. Und diese Leute, haben die Leben vor ihnen vor ihnen, um großartig zu erreichen. Aber sie sind die Leute, wenn sie fallen, werden wieder zurückkommen und werden erfolgreich. und das ist wirklich die Art der Silicon Valley, wie es heute ist. Ich mag die Idee, dass wir hier etwas wirklich unigermaßen initiieren, das ist unigermaßen, weil wir arbeiten auf ein Konzept, das ich glaube, ist sehr wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft. Dass wir von der Linear-Economie aus der Circular-Economie gehen, finde ich diese Idee sehr interessant. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir hier, wir haben, first of all, so many innovative Start-ups hier, Start-ups that are very diverse, that take the Circular-Economie from very different angles. Ich denke, das ist einer der besten Accelerator-Programme, ich bin zu. Die Unikennung dieser Accelerator ist, dass es die Start-ups mit großen Cooperation verbunden ist, das ist der Job für die Founder, zu werden mit den Ressourcen und dem Markt viel besser. Ich liebe es so viel. Es war sehr benötig. Wir haben neue Stakeholders in Deutschland und haben unsere Netzwerk in den größten Markt in Europa wo unsere Technologie wäre perfekt. Die Demo-Day war excellent. Ich liebte es. Ich denke, es gab so gute Energie in der Raum. Younger Leute, sehr motiviert, es war excellent. Großziek meshوف. Großziek viel. Großz маг多kt.